Was ist los Chanel Chanel Coco? Ihr hüpft? Ja, wie hüpft? Ach so. Ist das fast? Okay, nur bei meiner Seite aufnehmen. Auf die BZ fertig? Los! Ui! Und, wie geht's jetzt dir so weit? Der eine Fuß ist kaputt jetzt. Noch eine Runde vielleicht? Okay. Ui! Los! Los! Das ist der Sand. Und das ist die Chanel Chanel Coco im Sand. Und der Emanuel Gabriel. Und mein Hund, meine Whisky. Mein Baby, Baby Whisky. Whisky Mama! Whisky, renn wir im Sand drin! Und die Chanel ist schon im Sand drin. Die schwimmt da. Und jetzt Emanuel ist reingehüpft. Wir sind Fernsehen, ne? Ja. Die Leute gucken uns an, ne? Das ist der Tanz. Ich tanze gerade. Tschüss! Tschüss, guck mal wie du aussiehst Chanel. Ein bisschen crazy, ne? Crazy! Crazy! Das ist der Tanz!